Himmlische Weihnachtsgeschenkideen aus der Music Store DJ Abteilung. Ho 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 Engelchen, sag mal in der Szene bist du doch auch bekannt als DJ Angel. Weihnachtsmann, woher weißt du das? Weißt du, in meinem Urlaub, da chille ich auch tagsüber auf Ibiza und abends geht's in die Clubs. Ja, und da hab ich dich gesehen bei einer deiner großen Performances. Und da ist mir auch gleich dein Problem aufgefallen. Weihnachtsmann, du weißt doch wie es ist. Du baust schnell auf, du hast keine Zeit, du hast den Controller hier stehen, dann ist plötzlich kein Platz mehr da und dann bleibt der Laptop halt einfach an der Seite stehen. Ja, aber Engelchen, kennst du denn nicht den Fame Laptop Ständer? Das ist einfach das hier, ein ganz einfaches zusammenklappbares und ausfahrbares Ständerlein, wo du unten den Controller drauf stellst und oben drüber ist dann ergonomisch perfekt platziert dein Notebook bzw. Laptop und das geht bis zu Größen von 17 Zoll. Das ist ja ideal! Ja, eine ganz einfache Lösung und die kannst du für kleines Geld kaufen. Weißt du auch wo? www.musicstore.de Richtig! Noch viel mehr stimmungsvolle Weihnachtsgeschenke für Musiker gibt's im brandneuen Katalog. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss! Ciao!